Es gibt viele Hunderassen, die sich gegen bestimmte Wildtiere behaupten können. Und du wärst überrascht, welchen Schaden sie anrichten können. Hast du schon einmal vom Barkhawar gehört? Was ist mit dem Corsion of Charka? Wenn du sehen willst, wie ein paar Monsterhunde ihr Ding durchziehen, dann sieh dir unsere 15 Hunderassen an, die wilde Tiere vor Angst sehr zittern lassen. Der American Pitbull Terrier ist eine Hunderasse, die sich sowohl als Begleithund als auch für das Familienleben eignet. Ursprünglich wurde die Rasse entwickelt, um Bullen zu ködern. Dann wurde sie zu einem All-Wound-Hund auf dem Bauernhof und schließlich zu einem Kindermädchenhund, weil sie so sanft zu Kindern ist. Diese Hunde lieben Menschen und haben keine Ahnung, dass ihre Größe sie davon abhält, ein Schoßhündchen zu sein. Dieser Pitbull sieht aus, als würde er für den Zirkus trainieren. Es ist unglaublich, wie fest er dieses Seil umklammert. Er will einfach nicht loslassen und dreht sich, um das Seil zu zerreißen. Hast du schon einmal gesehen, dass eine Hyäne von einem Hund so verprügelt wird? Ich weiß, dass ich das nicht habe. Es ist das erste Mal, dass ich sehe, wie ein Hund eine Hyäne auf diese Weise zerstört. Das ist ein totales Gemetzel. Die Hyäne war nicht einmal annähernd in der Lage, mit dem Pitbull mitzuhalten. Pitbulls sind Wachhunde und ihre Tapferkeit ist unübertroffen. Sie riskieren ihr Leben, um ihre Familie zu schützen. In diesem Video kreift ein Pitbull einen scheinbar deutschen Schäferhundmischling an. Manche Menschen sagen, es sei ein Wolf, aber ich habe meine Zweifel. Wenn jemand weiß, um welche Art von Hund es sich handelt, kann er es vielleicht in den Kommentaren unten erwähnen. Unter normalen Umständen hat der Pitbull nicht die physiologischen Voraussetzungen, um einen Wolf zu besiegen. Der Pitbull in diesem Video scheint er anderer Meinung zu sein, denn er ist bereit, das zu jagen, was in diesem Video wie ein Wolf aussieht. Dieser arme Fuchs weiß gar nicht, wie ihm geschieht, als die beiden Pitbulls ihn einfangen und zerfleischen. Sie packen den Fuchs und zerreißen ihn in Stücke. Der Idiot, der das gefilmt hat, ist stolz darauf zu sehen, wie seine Hunde ein anderes Tier zerstören. Aber ich schätze, die Welt besteht aus allen Arten von Menschen. Wie verrückt ist dieser Pitbull, wenn er versucht, einen Stier anzugreifen, der 20 Mal so groß ist wie er. Der Stier ist jedoch gefesselt und kann sich nicht bewegen, während der Hund dem Stier das Gesicht aufreißt und dem großen Schaden zufügt. Du kannst sehen, wie das Blut überall hinspritzt. Die Person, die versucht, den Pitbull zu schlagen, ist lächerlich, weil sie den Hund kaum kitzelt. Ich kann nicht glauben, dass diese Leute keine Möglichkeit finden, den Pitbull da rauszuholen. Inzwischen verblutet der Bulle. Der Pitbull lässt nicht locker und ich bin mir fast sicher, dass der Bulle stirbt. Unglaublich! Ein anderes Raubtier bekommt eine Kostprobe der Medizin des Pitbulls, als der Hund einen Kojoten angreift und ihn am Boden festhält. Der Pitbull versucht, den Kojoten zu erdrosseln, aber der Kojote wehrt sich nach Kräften. Nummer 14 Alabaihunde Der zentralasiatische Hürdenhund, auch bekannt als Alabaih, ist eine uralte Hunderasse, die ihren Ursprung in Zentralasien hat. In der Vergangenheit wurde die Rasse zur Verteidigung und zur Bewachung von Schaf- und Ziegenherden eingesetzt. Diese Rasse zeichnet sich durch einen robusten, überdurchschnittlich großen Hund mit außergewöhnlicher Stärke und Kraft aus. Ich würde dieses Haus nicht ausrauben wollen. Sieh dir diese beiden monströsen Alabaihunde an, die jeden anbellen, der in die Nähe des Hauses kommt, das sie bewachen. Die Hunde sind riesig und stark und sie haben eine Menge Fell, das sie vor jedem Tier schützt, das sie beißen will. Dieser deutsche Schäferhund hat alle Hände voll zu tun, als ihn ein Alabaih angreift. Aber ich muss dem deutschen Schäferhund ein Lob aussprechen, denn er ist wirklich viel kleiner als der Alabaih. Aber er gibt nicht nach und er ist derjenige, der einen Gegenangriff startet und den Kampf fortsetzt, nachdem der Alabaih sich umgedreht hat. Dieses Wildschwein versucht zu fliehen, aber diese zentralasiatischen Hürdenhunde verfolgen das Tier, bis es in einem kleinen Bach in die Enge getrieben ist. Ich glaube nicht, dass dieses Wildschwein in nächster Zeit nach Hause kommt. Was glaubst du, was passiert, wenn der Tiger ausrastet und aus dem Wasser springt? Nichts, denn die beiden sind Kumpel und der Tiger ist, ob du es glaubst oder nicht, ein Jungtier. Der Tiger ist mit diesen Hunden aufgewachsen und du kannst sehen, wie er sie liebt, wenn er am Ende des Videos einen der Hunde abschlägt. Der Hundeführer dieses Alabaihs bringt seinen Hund in die Nähe eines Käfigs, in dem sich ein Wolf befindet, nur um die Reaktion des Hundes zu sehen. Der Hund ist jung und überhaupt nicht an dem Wolf interessiert, vielleicht hat er sogar Angst. Alabaihs sind für ihre hohe Ausdauer, ihre Fähigkeit lange zu arbeiten und ihren angeborenen Territorialinstinkt bekannt. Wenn es um die Konfrontation mit großen Raubtieren wie Wölfen geht, ist die Rasse der zentralasiatischen Hüttenhunde für ihre Tapferkeit und sogar Furchtlosigkeit bekannt. Und das kannst du in diesem Video hier sehen. In diesem Video stellt sich ein Alabaih einem eindringenden Wolf entgegen, aber der Wolf ist aggressiv und bleibt standhaft. Der Alabaih ist vorsichtig und hält sich zurück, aber er zieht sich nicht zurück. Das könnte ein Kampf auf Leben und Tod werden, aber wir bekommen die Auflösung nicht zu sehen, weil die Person, die den Kampf aufgenommen hat, ihre Kamera irgendwann ausgeschaltet hat. Nr. 13. Krauhund Der Greyhound oder Krauhund ist eine Windhundrasse, die für Wildjagden und Wildhundrennen gezüchtet wurde. Seitdem immer mehr Windhunde im Ruhestand adoptiert werden, erfreut sich die Rasse immer größerer Beliebtheit als Haushund. In diesem Video legt sich ein weißer Windhund mit einer Schlange an und zerfleischt sie schwer. Die Schlange wird von dem Hund und seinen Freunden problemlos getötet. Windhunde werden seit tausenden von Jahren gezüchtet, um zu jagen, indem sie Ziel anvisieren und ihm dann davonlaufen. Sie sind die schnellste Hunderasse der Welt. Ein Windhund in Höchstgeschwindigkeit ist wegen seiner schönen athletischen Form wunderschön. In diesem Video kannst du sehen, was ich meine, wenn ein Windhund eine Antilope mit voller Geschwindigkeit verfolgt. Die Antilope ist kein Spielverderber und macht dem Windhund das Leben schwer. Diese Hunde schießen nicht daneben, wenn sie eine Antilope jagen und sie in kürzester Zeit töten. Hasen sind extrem schnell und das zeigt sich, wenn diese Windhunde einen jagen und die nicht einholen können. Das ist ein ziemlich schneller Hasen. Wenn du dich fragst, wie schnell Windhunde sind, schau dir einfach dieses Rennen zwischen einem Windhund und einem Pferd an. Der Windhund gewinnt mit einem Kopfforsprung. Ich hätte nie gedacht, dass ein Hund, auch wenn er der schnellste unter der Welt ist, ein Pferd in einem Rennen schlagen kann. Windhunde sind schnell, aber auch Strauße sind extrem schnell. Allerdings sieht der Strauß in diesem Video nicht so aus, als wäre er ausgewachsen. Also nehme ich an, dass er sein maximales Geschwindigkeitspotenzial noch nicht erreicht hat. An einer Stelle schnappen ihn die Hunde fast, aber der Strauß macht einen Schlenker und rennt im Zickzack weiter, sodass es für die Hunde extrem schwierig ist, ihn zu fangen. Einige dieser Hunde sind Windhunde, was zeigt, wie schnell dieser Strauß ist. Leider geht dem Strauß am Ende das Benzin aus und die Hunde bringen ihn zu Fall. Ich muss sagen, ich war beeindruckt von der Ausdauer der Hunde. Sie haben die Verfolgung nie aufgegeben. Nummer 12. Rottweiler Dieser Rottweiler ist nicht glücklich, wenn jemand seinen Knochen zu nahe kommt. Eine Sache, die niemand tun darf, ist zu versuchen, einem Hund einen Knochen wegzunehmen. Selbst wenn es dein Hund ist. Es sei denn, er ist trainiert oder liebt dich mehr als das Leben, wie es meine Doggeta hat. Ein Rottweiler ist ein lebenslanger Freund, der freundlich, loyal und intelligent ist. Der ideale Rottweiler ist ruhig, selbstbewusst und furchtlos, aber niemals ängstlich. Er strahlt eine selbstbewusste Unnahbarkeit aus und schließt nicht mit jedem Freundschaft. Er zieht es vor, abzuwarten, wenn es um neue Menschen oder Situationen geht. Dieser junge Rotti beschützt seinen Hinterhof vor einem Eindringling während eines Trainings. Diese beiden Hunde geraten in eine Rauferei, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob einer der Hunde ein Rottweiler ist. Es sieht eher wie ein Mischling aus, aber er weiß auf jeden Fall, wie man kämpft. Der Versuch der beiden Menschen, den Kampf mit ihren Besen zu beenden, ist vergeblich. Im Ernst, das ist fast wie ein Tag im Spa für die Hunde. Erst benutzen sie einen Besen als Ventilator und dann duschen sie die Hunde mit Wasser. Was ist nur los mit diesen Leuten? Ein Rottweiler findet eine Schlange im Gebüsch, aber die Schlange ist aggressiv und stürzt sich sogar auf den Hund und versucht ihn zu beißen. Der Hund weicht nicht zurück und bellt die Schlange an. Die Schlange ist eine Kobra, also keine leichte Beute für einen Rotti. Es handelt sich um eine giftige Schlange, aber so wie der Hund mit der Situation umgeht, ist es fast so, als wüsste er es. Der Hund schafft es, die Schlange zu packen und zu beißen, aber er lässt wieder los, bevor er sie erneut packt. Das ist ein verrückter Kampf. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Hund ein Rottweiler ist, aber er scheint mit diesem prächtigen Tiger befreundet zu sein und wenn der Hund den Tiger jagt, läuft die Katze in die andere Richtung. Der Rottweiler ist ein denkender Hund, dessen erste Reaktion es ist, einen Schritt zurückzutreten und eine Situation zu betrachten, bevor er handelt. Er ist ein unendlich geduldiger Hund. Sein Instinkt übernimmt aber schließlich die Führung, wenn der Hund einen Kojoten zu nah am Grundstück entdeckt und ihn verjagt. Nummer 11. Cain Corso Cain Corsos sind großartige Wachhunde. Sie sind hervorragende Hunde mit italienischer Abstammung. Sie sind zuverlässig, beständig und ruhig, haben aber auch einen starken Beschützerinstinkt und sind misstrauisch gegenüber Fremden und Eindringlingen. In diesem Video zeigt dieser Cain Corso seine Stärke während einer Trainingseinheit. Der Corso hat ein kräftiges Gemüt und ist bereit, sich jedem Hindernis zu stellen. Ein solches Temperament kann ein zweischneidiges Schwert sein. Der Corso kann ein hervorragender Familienhund sein, wenn er einen selbstbewussten, konsequenten Besitzer hat, der ihn führt und ihn daran hindert zu entkommen. Aber in den falschen Händen kann er gewalttätig werden und eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Dieser Hund führt sich nicht mit Menschen vertragen, die Angst vor Haustien haben oder sie hassen, oder die nicht mit einem großen Hund umgehen können. Der Corso ist eine hochintelligente Kreatur. Wenn du das mit einer herrischen Persönlichkeit kombinierst, ist es leicht vorstellbar, dass er das Haus ohne klare Führung und Grenzen beherrschen könnte. Er wird dich auf die Probe stellen, um zu sehen, wie weit er dich treiben kann. Dieser Kerl ist ziemlich groß und muskulös und es fällt ihm schwer, seinen Hund zurückzuhalten. Zwei Cain Corsos treffen auf einen vorbeifahrenden Dogo Argentino. Der Hund, der sich verletzlich fühlt, wird aggressiv gegenüber einem Corso. Der Mann im Video stoppt den Kampf, damit keiner der Hunde verletzt wird. Endlich mal jemand, der Verstand hat. Sie erleiden nur ein paar Kratzer und leichte Schnitte an Zahnfleisch und Läfzen. Der Corso hat keine Angst vor Schlangen, wie du in diesem kurzen Video sehen kannst. Er ist immer für eine Herausforderung zu haben. Aber das gilt auch für Schlangen. Wenn das Reptil giftig ist, muss der Hund extrem vorsichtig sein. Aber das ist er wohl nicht. Dieser alte italienische Hunderasse wurde geschaffen, um Eigentum zu schützen und Großwild wie Wildschweine zu jagen. Aber in diesem Video muss der Corso mit einer Schlange fertig werden, die auf dem Grundstück des Hundes gestrandet ist. Die Schlange überlebt aber nicht sehr lange. Nummer 10. Tibetische Mastiff Wenn du noch nie eine tibetische Dogge in Aktion gesehen hast, wirst du dich freuen. Wie du in unserem Forscherbild sehen kannst, ist das ein riesiger und furchterregender Hund, der vor nichts Angst hat. Der Leopard erfährt bei dieser Begegnung alles über diesen Hund. Tibetische Mastiffs wurden ursprünglich gezüchtet, um Vieh und Grundstücke zu bewachen. Aber sie eignen sich auch hervorragend als Familienhunde und Ausstellungshunde. Wenn du dir die tibetische Dogge in diesem Video ansiehst, machst du dir viele Gedanken, aber eines sicher nicht. Du würdest es nicht wagen, in ein Haus einzubrechen, in dem dieser Hund lebt. In diesem Video ist eine tibetische Dogge zu sehen, die einen Wolf dominiert, während die anderen Mitglieder des Rudels zusehen. Das ist ziemlich überraschend. Also vermute ich, dass die Wölfe mit diesem Hund vertraut sind. Der tibetische Mastiff ist ein treuer Beschützer der Familie, der seine Rolle ernst nimmt und sich vor Außenstehenden in Acht nimmt. Sie sind aggressiv und territorial und dulden keine Einträninge, was sie zu einer ernsthaften Bedrohung für Wölfe und andere Raubtiere macht. In diesem Video verteidigen zwei tibetische Doggen nach einem kurzen Handgemenge ihr Revier und verjagen ein paar Wölfe. In diesem Video hat ein Schneeleopard einen wilden Weder erlegt und genießt seine Beute auf der tibetischen Hochebene in der Sonne. Plötzlich nähert sich ein Rudel tibetischer Mastiffs. Die Hunde unterbrechen das Abendessen der Großkatzen und greifen sie an, um ihre Mahlzeit zu stehlen. Sie umzingeln die Katzen und bedrängen sie von allen Seiten, um sie zum Rückzug zu bewegen. Der Mut und die Hartnäckigkeit der tibetischen Doggen führt dazu, dass der Schneeleopard schließlich aufgibt und die Reste seines Abendessens den hungrigen Hunden überlässt. Da Großkatzen für diese Hunde wohl nicht genug Herausforderungen sind, beschließen sie in diesem Video es mit einem Beeren aufzunehmen, den sie dann auch noch verjagen können. Ich glaube nicht, dass es bei den Hunden in diesem Video um tibetische Mastiffs geht. Aber egal welche Hunderasse sie sind, sie morden diese Hyäne. Der Assfresser hat kaum Zeit sich zu wehren, denn die Hunde sind unerbittlich. Nummer 9. Bulli Kutter Der Bulli Kutter, den du in diesem Video siehst, wurde von seinem früheren Besitzer ausgesetzt. Und diese Frau hat den verwaisten Hund adoptiert. Die Rasse wird auch als Wachhund eingesetzt. Ich habe noch nie von diesem Hund gehört, aber ich muss zugeben, dass er ein Biest ist. In diesem Video kannst du sehen, wie ein Bulli Kutter darauf trainiert wird, Eintrillinge zu verteidigen und anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob viele Menschen daran interessiert wären, sich mit diesem Hund anzulegen. Es sei denn, sie würden das Haus mit einer Panzerfaust ausrauben. Ein anderer Bulli Kutter wird in diesem Video auf die Probe gestellt. Obwohl der Mann einen Stock hat, lässt sich der Hund nicht beeindrucken und bleibt standhaft. Bereit, dem Mann jeden Moment die Stirn zu bieten. Die Statur dieses Bulli Kutter erinnert mich an die deutsche Dogge. Ich hoffe, dem Affen ist klar, dass er getötet werden könnte, wenn der Hund es schafft, ihn zu packen. Also geht er besser zurück. Nur um sicher zu gehen. Pakistanische Bulli Kutterhunde sind wild und haben eine unglaubliche Schmerzresistenz. Diese Hunde können Leoparden töten. In diesem Video kannst du den Bulli Kutter in Aktion sehen, als er gegenüber einem Fremden, der die Straße überquert, aggressiv wird. Nummer 8. Kaukasischer Schäferhund Der kaukasische Schäferhund, auch bekannt als kaukasischer Otscharka, ist einer der stärksten und wildesten Hunde der Welt. Sie sind wachsam, dominant und mächtig in der Lage, Wölfe und andere Raubtiere zu töten, um Schafe zu verteidigen. Du kannst sehen, wie stark dieser Otscharka ist, wenn ein Mann ihn herausfordert. Er beißt den Mann und lässt nicht mehr los. Gut, dass der Mann eine Schutzausrüstung trägt, sonst wäre sein Arm schon in Stücke gerissen. Sieh dir an, wie der kaukasische Otscharka den Wolf zu Boden wirft und ihn dort festhält. Das ist ein kräftiger Hund. Ihre Bisskraft, die zwischen 550 und 700 PSI liegt, gehört zu den stärksten in der Hundewelt. Die Freunde dieses Hundes sind keine anderen Hunde. Sie sind Bären. Sieh dir nur an, wie viel Spaß dieser Otscharka mit einem Bären hat. Die beiden haben einen Riesenspaß. In diesem Video sehen wir einen ausgewachsenen kaukasischen Otscharka mit drei Rottweilern Tauzinspielen. Die Hunde wissen, was Spielzeit bedeutet und es gibt kaum eine Chance, dass ein Kampf ausbricht. Rottweiler sind große Hunde, aber sieh nur, wie klein sie im Vergleich zum Otscharka sind. Nummer 7. Belgischer Malinois Die Hunderasse Belgischer Malinois wurde mit der Absicht geschaffen, Schafe zu hüten. Heute werden sie als Polizei- und Militärhunde, als Wachhunde und als geschätzte Familienmitglieder eingesetzt. Der Belgische Malinois ist ein mittelgroßer, belgischer Schäferhund, der auf den ersten Blick einem deutschen Schäferhund ähnelt. Belgische Malinois sind sehr energiegeladene Hunde, die viel Bewegung brauchen. Malinois sind wachsame, intelligente Hunde und sehr mutig und furchtlos. Sie haben einen starken Hüte- und Verteidigungsinstinkt. Man kann den Wert eines frühen und konsequenten Trainings gar nicht hoch genug einschätzen. Sieh dir an, wie diese sieben belgischen Malinois diesen Mann auf Kommando angreifen. In jeder Situation ist er ein ausgezeichneter Arbeitshund, der selbstbewusst und beschützend ist. In diesem Video geht ein belgischer Malinois mit einem Wildschwein um. Er hält das Wildschwein am Hals fest und ich glaube nicht, dass dieses Wildschwein es schafft. Ich sage das, weil Wildschweine als Schädlinge gelten und es legal ist, sie zu jagen. Ein anderer belgischer Malinois greift ein Wildschwein an und versucht es zu neutralisieren. Wildschweine zu jagen ist kein Vergnügen, aber diese Hunde sind extrem mutig und geschickt. Man sieht, wie ein Krokodil auf einen Hund zustürmt, um es zu töten. Aber die Rollen sind vertauscht, wenn der Hund das Reptil am Hals packt. Wohlgemerkt ist es ein extrem kleines Krokodil. Nummer 6 Bull Terrier Der Bull Terrier wurde im 19. Jahrhundert ursprünglich als Kampfhund und später als modischer Begleiter für Herren entwickelt. Aber heute sind sie Familien- und Ausstellungshund. Der Bull Terrier wird als dreijähriges Kind in einem Hundekostüm beschrieben. Viele Experten versprechen, dass der Bull Terrier zwar unnahbar wirken kann, aber ein äußerst freundlicher Hund ist, der ein liebes- und lebensfrohes Wesen hat. Wenn dieser Bull Terrier auf eine Kuh trifft, die ihn herumschubst, weicht er nicht zurück, greift die Kuh aber auch nicht an. Dieses Mal ist der Bull Terrier in diesem Video nicht glücklich über die Anwesenheit des Wildschweins in der Nähe seines Grundstücks und bedroht das Tier. Das Wildschwein gräbt sich immer wieder in den Boden, als ob es unter dem Zaun durch will, um an den Hund zu gelangen. Aber es tut es nicht. Zwei Bull Terrier greifen ein großes Wildschwein an und versuchen es zur Strecke zu bringen. Aber dieses Schwein ist eine Bestie. Das sieht beeindruckend aus. Und das ist es auch. Obwohl der Tiger noch ein Jungtier ist und gefesselt ist, ist der Hund verrückt und furchtlos, es mit einer solchen Bestie aufzunehmen. Und am Ende des Kampfes findet er heraus, warum. Dieser untrainierte Bull Terrier ist jedem gegenüber aggressiv. Sogar seinem eigenen Hundeführer. Diese Hunde müssen trainiert werden, sonst können sie extrem gefährlich werden. Nummer 5. Kangal Dieser Kangalhund gilt als die Nationalrasse der türkischen Kangalregion. Ursprünglich wurde der Kangal gezüchtet, um Tiere zu bewachen. Die Rasse wird häufig als Hütehund bezeichnet. Aber es gibt einen Unterschied. Der Kangal ist ein Herdenschutzhund, der mit der Herde lebt und sich aktiv gegen Wölfe, Bären und Schakale wehrt und kein richtiger Hütehund. Diese beiden Hunde scheinen Kangals zu sein und sie zerfleischen eine Hyäne. Die Kangal-Kiefer sind unglaublich stark, mit einer Bisskraft von 734 PSI, was fast unglaublich ist. Wenn diese Hyäne überlebt, um ihre Geschichte zu erzählen, wird sie nie vergessen, wie bösartig diese Hunde sein können. Dieser Wolf suchte am falschen Ort nach Ärger, als er auf einen wütenden Kangal traf, der ihm eine Lektion erteilte. Der Hund ist wild und mehr als der einsame Wolf verkraften kann. Du kannst den Kangal in Aktion gegen diesen Wolf sehen und er schlägt sich ganz gut. Ich würde sagen, der Kangal hat in diesem Fall die Oberhand und es sieht so aus, als würde er den Wolf töten. Wenn ein Kangal in diesem Video eine Schlange findet, nimmt er das Reptil mit in sein Grab, um es zu töten. Ich muss zugeben, dass dies kein sehr großer Bär ist, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend zu sehen, wie diese beiden Kangals es mit den Bären aufnehmen. Die Kängurus sind die Angreifer und der Bär will nur lebend aus diesem Handgemenge herauskommen. Der Bär war auf der Suche nach Futter in das falsche Gebiet eingedrungen, als seine Horde Kangals ihn mit offenen Armen empfing. Allerdings aus den falschen Gründen. Diese Hunde sind einfach nur besessen. Ich weiß, dass der Tiger in einem Käfig sitzt, aber ich bin mir sicher, dass dieser Kangal nicht zögern würde, die Katze anzugreifen, wenn er aus dem Käfig heraus käme. Er würde verlieren, aber es ist die Furchtlosigkeit dieses Hundes, die mich am meisten beeindruckt. So lustig es auch klingen mag, das Stachelschwein ist für Raubtiere eines der am schwierigsten zu tötenen Tiere. Großkatzen meiden sie wie die Pest. Ich schätze, dieser Kangal hat das Memo einfach nicht bekommen. Nummer 4. Deutscher Schäferhund Deutsche Schäferhunde sind sehr schlaue Hunde, die häufig bei der Strafverfolgung eingesetzt werden, da sie gut darin sind, Anweisungen zu befolgen und Dinge aufzuspüren und zu ertasten. Du kannst genau sehen, was ich meine, wenn du diesen erstaunlichen deutschen Schäferhund bei einem Training beobachtest. Deutsche Schäferhunde haben den Wunsch, mit ihren Besitzern zusammenzuarbeiten. Und sie können neue Tricks mit nur wenigen Wiederholungen lernen. In diesem Video kannst du sehen, wie der deutsche Schäferhund seine Aufgabe als Beschützer sehr ernst nimmt. Sie sind hervorragende Wachhunde und verteidigen ihre Herrchen und Frauchen, wenn sie in Gefahr sind. Dieser Schäferhund sieht ein Wildschwein an sich vorbeilaufen und bereitet sich darauf vor, es anzugreifen. Dieser Kampf findet zwischen zwei Wölfen und zwei Hunden statt, von denen einer ein deutscher Schäferhund ist. Die Hunde nehmen es mit den Wölfen auf, aber der Kampf geht hin und her, wobei die vier Kämpfer von der offensiven und defensiven Taktik wechseln und hin und her rennen, um sich gegenseitig zu beschießen. Am Ende sieht alles nach einem Unentschieden aus. Füchse sind keine Gegner für Hunde. Als diese beiden deutschen Schäferhunde einen Fuchs auf ihrem Grundstück entdecken und ihn sofort jagen, ist der Fuchs schlau und schnell und schafft es, über den Zaun zu springen und zu entkommen. Nummer 3 Dogo Argentino Der Dogo Argentino ist ein großer, weißer, muskulöser Hund, der in Argentinien, vor allem für die Jagd auf Großwild, darunter Wildschweine und Pumas, entwickelt wurde. Die Dogo-Hündin in diesem Video heißt Kitty, ist drei Jahre alt und bereits ein erfahrener Hund, wenn es um die Jagd auf Schweine geht. Sie hat bereits mehr als 100 Schweine erlebt. Diese Eidechse hat keine Chance, diesen aggressiven Dogo-Angriff zu überleben. Ich meine, dieser Hund macht die Eidechse einfach fertig, wie ich es selten gesehen habe. Sobald sie tot ist, kannst du sehen, dass der Körper der Eidechse fast in zwei Hälften geschnitten ist. Schau dir an, wie dieser Dogo einen Puma packt und ihn den Berg hinunterschleift, als wäre er eine Hauskatze. Wir reden hier von einem Puma, Leute. Wenn ein Hund einem Puma so etwas antun kann, dann stell dir vor, was er mit anderen wilden Tieren anstellen kann. Dieser Hund bedroht einen Tiger in einem Käfig. Aber so mutig und furchtlos der Hund auch ist, der Tiger würde Hackfleisch aus dem Hund machen. Zumindest glaube ich das. Nummer 2 Große Pyrenä Der große Pyrenäen-Hund ist ein tolles Familientier. Aber er hat den Instinkt, alles zu verjagen, was nicht zur Familie gehört. In diesem Video war der Pyrenäen-Hund nicht in der Stimmung, sein Futter zuteil. Also ging er auf den Pitbull Lab-Mix los. Keiner der Hunde wurde bei dieser amüsanten und freundlichen Raufrei verletzt. Diese beiden Hunde sind Freunde. Diese Hunde wurden in Frankreich gezüchtet, um Schafe vor Wölfen zu schützen. Aber in diesem Video müssen zwei Pyrenäen mit einer Schlange fertig werden und sie stellen sich der Herausforderung. Im nächsten Clip hat dieser große Pyrenäen-Hund einen Kojoten im Hinterhof in die Enge getrieben und ruft seinen Besitzer, damit er kommt, um nach dem Rechten zu sehen. Der Pyrenäen-Hund greift den Kojoten nicht an, der nicht sehr glücklich aussieht. Der Hund bellt weiter, ohne sich zu rühren. Der Kojote ist in Panik und könnte eine falsche Bewegung machen. Also hofft er, dass sein Besitzer bald auftaucht. Offenbar will der Kojote mit dem großen Pyrenäen-Hund befreundet sein. Das Tier treibt sie schon seit über einem Jahr in diesem Hof herum und kommt ein paar Mal pro Woche zu Besuch. Sie bellen sich gegenseitig an, manchmal stundenlang. Das nenne ich eine Hassliebe. Diese beiden Pyrenäen-Hunde sehen einen Bären, der sich nähert und sie zögern nicht, ihn zu verfolgen. Nach einem kurzen Handgemenge gelingt es ihnen, den Bären zu verjagen. Nummer 1. Bakarwal-Hund Der Bakarwal ist eine sehr seltene und besondere Hunderasse, die sich vor hunderten von Jahren bei den Nomaden in den Bergen des Himalaya entwickelt hat. Dieser Bakarwal ist wütend und wenn du Dinge auf den Hund wirfst, wird es ihm nicht besser gehen. Manche Menschen sind einfach nur Idioten. Diese Hunde sind mutig und entschlossen genug, um ihre Herde vor einer gefährlichen Bedrohung zu schützen, die weit aus größer ist als sie selbst. Während diese Rasse mit den meisten Menschen freundlich ist, ist sie mit anderen Hunden weniger freundlich und kann aggressiv werden. Da diese Hunderasse unglaublich selten und schwer zu züchten ist, könntest du, wenn du nicht im Himalaya wohnst, Probleme haben, einen Bakarwal für deinen Haushalt zu finden. Der Bakarwal in diesem Video sorgt dafür, dass sich alle Schafe wie Schafe verhalten. Diese Paviane fordern ein paar Bakarwalzer raus und ein Kampf bricht aus, aber es gibt keine Opfer. Das sieht fast wie ein Revierkampf zwischen zwei Straßenbanden aus. Bonus Clips Hunde greifen Leoparden an Dieses Video ist sehr traurig, denn eine Horde Hunde greift einen Jaguar an und tötet ihn. Die Großkatze ist bereits verletzt und kann sich nicht mehr wehren. Diese Großkatzen sind vom Aussterben bedroht, deshalb frage ich mich, ob diese Jagd überhaupt legal war. Nachdem der Leopard mit seinem Bein in einer Falle festsitzt, wird er von ein paar verrückten Hunden angegriffen. Und es ist extrem schwierig für die Großkatze sich zu verteidigen, während sie in einer Falle sitzt. Ein anderer Leopard ist in eine Falle gegangen, aber er ist aggressiver und irgendwann schafft er es sogar, einen der Hunde zu schnappen. Aber das Video friert ein und wir sehen nicht, was passiert. In unserem letzten Video wird ein Schneeleopard von fünf Hüttenhunden umringt, die eine Schafherde verteidigen. Er krabbelt auf dem Boden und sucht nach einer Möglichkeit durchzubrechen, damit er entkommen kann. Als ihm das nicht gelingt, versucht er anzugreifen, woraufhin sich die Hunde zerstreuen und die Raubkatze entkommen. Du hast in diesen Videos alle Arten von furchtlosen Hunderassen gesehen, aber meine Favoriten sind der kaukasische Schäferhund und der Kangal, der knapp dahinter liegt. Oh, und vergessen wir nicht den tibetischen Mastiff. Welches war dein Favorit? Verrate es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Blick auf 15 Hunderassen, die wilde Tiere vor Angst erzittern lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.